Herzlich Willkommen zu neul, äh zuletzt bin ich Star Wars, bitte weg. Das Lied ist Neu-Deutsch, Start, bitte. Jetzt müssen wir warten bis es eingeloggt ist, das kann jetzt bisschen dauern, weil... Ich beantworte gerade nebenbei noch einen. Den warten jetzt bei mich, weil der Hintergrund Skyfall schon mal fertig macht, auch für drei Folgen. Ich will jetzt drei Folgen oder vier Folgen in eine Station aufnehmen, aber bald wir Ola habe, richtig viel für die ganzen Wochen bis wir damit aufnehmen. Das heißt... Suchten. Das dauert ja ruhig. So... Er hat unter meinem Video kommentiert, das habe ich jetzt mal hingeschrieben. Das dauert jetzt ewig, weil ich das alles entparkt. Ich mache mir mal weg. Da seht ihr... Schöne Startbildschirm, das mag ich. Vielleicht nehme ich das als Farbner erst mal. Vielleicht geht das mal gucken. Ich kann das mal drinnen. Ich höre jetzt ein bisschen auf dem Hintergrund, weil ich jetzt das Sound noch auf meiner Box und dann stehe ich gleich um. Kann ich das mal umstellen? Das Ratatouille-Bild. Kurz gucken. Ja. Jetzt ist mein Lobes verschwunden. So. Ähm. Ich kann das nicht eigentlich. Äh. Wow! Aber da gibt's schon schon. So. άλot. Es geht schon mal... Exist,رk zu den. Ja... Ach du Gott... von zwei fischen die eine ist schon angekündigt das dauert ein bisschen, das ist mein PC nicht so schnell ich sag mal vorab, nach dieser Aufnahme Session drei Folgen auf jeden Fall mal gucken ich mach drei Folgen von hier, heißt eine Stunde aufnehmen mal gucken, 30 Minuten, 20 Minuten, wie es das ist und Skyfalls, du brauchst 20 Minuten aufnehmen, fast eine Stunde und dann, sag ich mal, eine schon vorher bestellt als Finder, das wird sie nicht aufnehmen, als Folge 0 und, würf es, komm, eine Folge 0 ne mach ich nicht mehr äh, hab hier schon was, bin ich schon so, es geht weiter ich darf mich jetzt nicht mehr ok, laden, hart und was hat du jetzt verabschied ach du Scheiße äh ach, tut ach, tut weh... beam macht man mich da hin Alter, was ist amy da was Neues? ... das werden wir nachher sehen alter die comprende vielleicht haben die auch komplett Oberflicht bei mir weggeschmissen Naja, werden wir noch sehen. Der 5-Wall hat sich jetzt die Tyre von morgen erledigt. Ich... Ach du Gott. Wenn wir gleich das hier... Was? Die Unwille macht nix. Mir ist schon überlastet. Naja. Habt ihr nie das Gefühl, dass uns die Sache über den Kopf wächst? Oh, seit der Update hat er denn viel getan. Die Sequenz dauert jetzt ein bisschen länger, weil jetzt alles geladen wird, wenn das dauert. Ey, wie meinst du das Ganze? Oh, mein Fespa da, bitte. Wir haben die Energie, wenn es sein muss. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Irren das Netzwerk übernehmen. Captain Winborn, Senatorin Kyle sagte ihr bräuchte Unterstützung. Wie ist die Lage? Wir werden hier zu Kleinholz verarbeitet. Wir sind nicht ausgebildet, um eine Armee von Mördern zu bekämpfen. Diese Verbrecher sind schlau, organisiert, definitiv auf einem anderen Planeten ausgebildet. Sie könnten es sogar schaffen, das Senatsgebäude zu zerstören. Zieht eure Männer zurück, Captain. Ich übernehme diese Kriminellen. So einfach ist das nicht. Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht. Die Verbrecher haben Hacker mitgebracht, um auf jeden Netzwerkknoten des Sektors zuzugreifen. Sie übernehmen die automatischen Gleiterwege. Sie werden Tausende von Kollisionen in der Luft verursachen. Der Schrott wird auf das Senatsgebäude herabregnen wie ein Meteoritenschauer. Wer weiß, wie viele dabei umkommen. Schickt jemanden, um die Senatoren zu warnen. Sie müssen sich in Sicherheit bringen. Ich habe Meldung gemacht, ehe ihr ankramt. Aber es bleibt nicht genug Zeit, alle zu retten. Wir müssen die Sache jetzt und hier beenden. Die Verbrecher haben bewaffnete Patrouillen eingerichtet, um die Netzwerkzugriffe zu verteidigen. Wir müssen sie zurückdrängen, um die Terminals manuell zu sperren. Übernehmt genug Terminals, dann schaffen wir es vielleicht. Meine Männer geben euch Unterstützung. Viel Glück. Das sind die Verbrecher. Da kommt etwas raus. Das ist abdeckt. Ich habe immer noch ein Programm am Laufen. Das ist abdeckt. Es dauert ein bisschen. Ja, das war's. Ich muss noch nicht auf den Momenten sein. Habt ihr nie das Gefühl, dass uns die Sache über den Kopf wächst? Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Das war erstmal gut. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Danke. Das war's für heute. 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 Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? Danke. Das ist nicht immer nötig. Wir sagen mal, in der nächsten Folge geht's weiter. Und so was. Dann bräuch ich nicht weiter hin. Da vorne ist was. Ich sag mal, bis in der nächsten Folge. Schau mit, Frau.